hallo ihr lieben film läuft ich auch freut mich dass ihr wieder mit dabei seid ja ihr seht schon wo ich schon wieder bin an meinem wendepunkt vom halbmarathon von heute ja ich schleich heute ganz langsam durch den wald und ich will heute mal ein bisschen schleichwerbung machen ich will euch mal eine laufveranstaltung empfehlen die in wurzen stattfindet so 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 wenn ihr läufer seid und euch der weg bis nach wurzen nicht zu weit ist dann meldet euch noch schnell an den link findet ihr hier unten in der video beschreibung während ihr jetzt hier den kurzen werbefilm von mir geguckt habt habe ich die zweite hälfte vom halbmarathon heute fast im kasten ja da bin ich mal schnell heim gerannt ich danke euch fürs zugucken und wir sehen uns machts gut ciao